...tun in den Straßenparttouillen und als Reservisten. Warum also mit gedungenen Söldnern dienen, wenn ihr auch im Wohl der Republik dienen könnt? Haha, sehr unterhaltsam. Ich bin ganz schwach. ...flühtet euch vor einer unreißen Ernstlieferung des Händlers Fidelio. ...einige Mitglieder konnten mit dem von ihm gelieferten Kupfererz nur minderwertige Bronze herstellen. Start die Attentation! Der Weinherber wird am Kallen von dem Geschirrrand mit Tatschöchern. Züge bitte bis zum Beginn der Artenprovision von Tatschöchern nach. ...schlagt euch etwas, Freund. Vergebt mir her, es tut mir her, ich gehe, ich verspreche euch hier. Da hat man ihn vergessen. Was wirklich zählt, sind die Fundamente. Und von dem... ...dium, Mio, verzeih mir. Ich mache sofort Platz. ...dium, Mio, verzeih mir. Ich mache sofort Platz. ...dium, Mio, verzeih mir. Ich mache sofort Platz. ...dium, Mio, verzeih mir. Ich mache jetzt nicht mehr auf, mein Liefer. Ich sage mich um sein Gemütszustand. Er haut ab! Hinter dir! Hey, du bist gar nicht so dumm wie du... Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ihr müsst mich nicht töten. Ich gehe einfach. Ich ohne ihn. Nein, nein, nein. Nein. Felicenotte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hört her! Im Rat wurde berichtet, dass immer wieder junge Männer die Gebäude der Stadt zum Spaß ergeben. Obwohl sie die Kinder noch nicht so gut sind... Zurück! Verdad, schlaft ihn! Bitte, lass mich das überprüfen! Lachou, packt ihn! Zip, oder? Lachou, packt ihn! Oh, zu! Hör ihm zu bemerken! Für ihn für ihn mann der Unterunternen der Stimme! In der Hölle ist durch die Hände nach ihnen zu fangen! Oh, zu! Ach, du Scheiße. Ich mach mich besser aus dem Staub. Etwas Stück Fleisch. Wie kann ein Mensch nur einem anderen so etwas antun? Nun, es ist ja ungebästig. Naja, nicht mein Kollege. Na, wo kann man sowas lernen? Bruttae Verdura! Bruttae Verdura! Bruttae Verdura! Ist gut. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Salute. Ist der betrunken? Hm? Was macht er denn da? Was macht er denn da? Was macht er denn da? Vitello, Anzo, Agnello, sempre freschi! Vitello, Maiale, tutto freschissimo! Provate le mie salsicce! Vitello, Anzo, Agnello! 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 Vitello, Agnello! Ich habe mit viel Glück neue Lieferanten gesichert. 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 Vielen Dank. 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 Bye. ... 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 Ciao. 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 Ciao.